Moin Leute! Herzlich Willkommen hier zurück auf der Calibre von Kalle, den Ultramapper. Ja, das Calibre is a way. Guck mal hier, meine Passat ist sie gar nicht. Ich will eigentlich ziemlich, ziemlich nah an der Wand gedrückt kriegen, wenn er denn rumkommen würde. Müssen wir hier so ein bisschen mal aufräumen, das ist ja das Problem gerade an der Geschichte. Ey Junge. Und das läuft hier echt ultra delizios, nämlich gar nicht. Also wie ich das mache, macht man das eigentlich nicht. Oh, er schiebt wieder. Nicht so wie er soll. Guck mal, der rutscht einfach vorne. Hängen die doch doch mal um, Mann. Danke. Ja, wir müssen hier so langsam alles Winterfest machen. Deswegen ab und zu mal auch mal so ein bisschen aufräumen, ne. Sind ja alles Gerätschaften, die brauchen wir dieses ja nicht mehr. Guck mal. Defektor. Die kriegen wir da wahrscheinlich jetzt gar nicht raus, ne. Ja. Was hat er gesehen? Chikram. Hey, wir können ja hier noch eben aufräumen. Wir wollen wirklich aufräumen. Dann sollen ja alles, wenn es geht, unter Dach hinwinkt da. Ich weiß es nicht. Ja, die Presse macht kurz ein bisschen mal Lässe. Weil, ich will nicht weg. Aber das kriegen wir auch noch hin, ne. Das ist ja kein Problem für uns. Ich glaube, die Mähwinkel können wir es schaffen. Ne, hier kommt noch ein Dings rein, ne. Aber die müssten eigentlich hier rein. Das Problem ist, wir haben den Front leider noch dran. Aber das klappt. Guck mal. Boah, Entwickler brauchen wir dieses Jahr auch nicht mehr, ne. Haben wir hier fast alles aufgehauen. Konnt der Winter ja kaum. Nee. Ja, doch. Wir haben auf unseren Flächen eigentlich so nichts mehr zu tun. Die eine Fläche walzen nachher noch walzen. Dann sind wir so ziemlich durch. Hängt doch bitte mal an. Sehr liebensgewöhnlich. Klopp den mal ein. Oh. Nimm mal die richtige Fahrstufe. Uh, uh, uh. Ha, ha. Was? La, 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 la. Ich habe so einen blöden Ohrwurm, ne. Und ich weiß nicht, woher. Kennt ihr das? Kennt ihr das, wenn das Mähweg dann nicht reinpasst, wo es rein soll? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Was ist denn mit da denn denn? Das ist ja doof. Wenn ich den Hydraulik runtermäh, klappt der direkt aus. Das soll er ja nicht. Ach, nee. Halt mal eben hier an der Seite. Dann kannst du auch eben weiterlaufen. Ist ja kein Problem für uns. Schwuppdi-di-di, schwuppdi-du. Schwuppdi-di-di, dubdi-du. Natürlich genau in die falsche Richtung gedreht, aber ist auch kein Problem für uns. Danke. So, da, mit S und O. Irgendwie kriegen wir das schon hin, ne. Das wäre ja gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Dann sind wir im Moment mehr so Hofaufräumarbeiten, ne. Aber, wie gesagt, was anderes steht im Moment nicht an. Junge, jetzt ist da so ein Bärchenknubbel hängen. Hätte ich die hier gar nicht wegkriegen, oder was? Wie hätte ich denn da geporkt? Ich, ne? Ja, die kann ich auch nur fragen. Jetzt kriege ich die hier gar nicht mehr weg, oder was? Das ist ein Roben. Aber das hat nicht immer was zu heißen. Haben wir auf der Holze... Ah, ne, seht ihr noch auf der Holze, ne? Eigentlich macht er seinen Job. Die Presse ist aber auch ein bisschen schwer gegangen. Hoffentlich passt die dir überhaupt noch rein. Ja. Ja. Oh, ich fahr wie der letzte Öffe. Das wird doch nie wert. Jetzt aber. Also gucken wir eben eine, ob das da passt, ne. Ich seh nämlich nichts. Da die Spiegel kaputt sind... ...wollt ja gar keine Hand, müssen wir das irgendwie irgendwie so hier reinziehen. Das passt, ne? Passt. Guck mal. Irgendwann an der Presse bewegen, ne? Tipptopp, dann kann das Mähwerk da noch hin und dann ist alles gut. Dieses Kissen von diesem Computerstuhl, ne? Das macht sich immer selbstständig. Das ist nicht schön. Weil dann sitzt das nämlich nicht da, wo es sitzen soll. Und das ist Schick-Kram. Wer hat denn da dann rumgespielt? Sagt mal. Wart ihr denn? Ich hab's gleich. Ja, jetzt hab ich's wieder. Danke, danke. Nix passiert. Alles noch am Leben. So war der Plan. Das Gewicht muss eben hinter den IHC wieder, ne? Weil... ...muss ja alles seine Ordnung haben hier in den Hof, ne? Guck mal. Können wir den Mops da eben wieder reinstellen? Defekt. Haben wir das auch geschafft, ne? Ganz ohne Malheur. Die-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de. Wir machen mal heute ein Aufruhenbild. T-t-t-t. Danke. Zieht er denn mir weg eigentlich? Aber ich hab's schon aufgehauen. Ne, ich hab die Presse schon weggehauen. Wir haben ja eigentlich noch so ein kleines Stück an den Hof zum Mähnen da, ne? Hoffentlich passt das jetzt da rein. und zwar die ganze Mühe umsonst. Perfekt. Guck mal, guck mal. Wie dafür gemacht? So, damit nicht jeder denkt, hier auf dem Hof ist es nicht aufgeräumt oder so. Ne, irgendwie mal eine Tür zu. Ach, die Tür geht gar nicht zu, ne? Doch, guck mal. Ja, alles weg. Hier haben wir aufgeräumt. Die Kartoffelküste müssen eigentlich rüber. Aber, äh, haben wir überhaupt eine Schippe? Ne, ne? Ne, wir haben nicht mal eine Schippe. Wie weit bist du? 9% schon. Guck mal, unser Helfer hat auch schon die Arbeit erledigt. Ich wollte aber ihm noch was ausmachen. Uwe! Hast du jetzt mal gefressen? Guck mal, Uwe ist glücklich. Aber der muss wahrscheinlich nochmal aufs Klo. Sonst wird er ja nicht wie so eine gesenkte Sau da auf dem Hof rumbrotteln. Abflug. Hat er sich wahrscheinlich von Haaren abgeguckt, da? Der ist ja auch immer wie so eine gesenkte Sau auf dem Hof am rumrödeln. So, wir müssen mal gucken, ob wir hier auch irgendwie misten können. Weil sonst haben wir nämlich ein Problem. Ich glaube, wir haben jetzt schon ein Problem. Ja, das wird nichts. Schick, oder? Ja, dann wird es wohl drauf hinauslaufen, dass wir noch so einen kleinen Hoflader brauchen, ne? Ja, Uwe ist aber irgendwie nicht mehr gut zufrieden, oder? Junge, Junge, guck dir mal an, wie lange der hier schon da rumjumpt. Moin Mädels! Der Mann mit den grünen ist da. Zieht der den überhaupt? Wird der auch angehen? Oh! Neue Aufgabe! Oh, auch schon, Ali! Junge, 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 ey! Alles Ali! Ja, toll! Schon wieder Kohle ausgeben! Die haben ja auch jetzt Geld aus. Uwe, jetzt ist aber mal gut hier mit der Rumlauferei! Mach mir ja so langsam Sorgen! Ja, 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 ja. Guck mal, da haben wir aufgeräumt. Hier haben wir aufgeräumt. Hier kommen gleich die Drille rein. Okay, dann können wir die Walze da später vorstellen. Wir müssen aber eben schnell zum Fiat. Naja, er hat gut gesät. Danke. Ja, wir gucken aber eben noch mal hinten an den Vorgewände. Sonst hat er da ja ganz tippitoppi gemacht, ne? Ich würde hier für den Nachbarn was drinnen, aber der hat irgendwie keinen Bock auf uns, oder was? Deswegen lassen wir das gerade noch. Ich weiß ja nicht, ob die schlechte Laune hat. Weil wir schneller fertig sind wie er. Was habe ich mir gedacht? Der Helfer, ne? Immer diese Gastrobeute. Oh, oh, oh. Ein bisschen schnell, wa? Und ich sage nur, das hat er gut gemacht, ne? Ja, ja. Heute habe ich aber auch einen Vorstil. Junge, Junge, Junge. Hier ist ein Straßengehenk. Läuft. Wie Döttgen. Guck mal, wird das nämlich auch schon wieder durchexerziert hier? Abflug nach Novi. Tipitoppi, ne? Was willst du mehr? Außer, ja. Weißt du? Hey! Die magt die Fiat-Hupe. So. Hier im Kückerchen. Kommt nix, weh. Hier, dann Abflug. Drille eben gewaschen. Oder... Vielleicht kommt noch das Seine-Missionen, aber... Weiß ich auch nicht. Die Nachbarn sind hier nicht so... So freudig mit... Ich gebe dir den Auftrag. Du kannst den Auftrag haben. Nee, 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 nee. Die sind hier alle ein bisschen komisch. Sagen wir, wie es ist. Na, ist nicht so einfach mit Kirchen essen. So. Eben über die Drille drüber gespült, ne? Oh. Ist hier gar nix. So, halten wir ihn hier an. Ja! Futter ist im Stall. Hast du nicht gesehen? Hat's gepennt, weh? Ich war fünf Minuten nur in den Stall gewesen und gefüttert, ne? Und dann sind sie nicht zufrieden, weil sie moin, sie haben es verpennt, ne? Wahrscheinlich eine Box gedörst am Wiederkauen und so. Warten! Hm. War es den Melkstern? Dass das nicht mitgekriegt hast? Guck mal, den Schlipp ist davon worden. Die Agata, ne? Das ist auch so eine Knötterkuh, du. Nicht die Agata weiblich, sondern meine Kuh-Agata. Das ist so eine olle Knötterkuh. Die ist immer in Rummung sein. Siehste, man selbst die Kälber auf der Weide verrückt. Kannst du vergessen, sie wird. Ja, ja. Ja, der Agata, ne? So, das haben wir. Vorwärts. Und dann mit ganz viel Glück in die... Tür da rein zekuliert. Weil das fehlt nämlich wieder ein Krimi. Ist ja nämlich nichts. Sieht einer was von euch? Dann müssen wir jetzt rumlenken. Jetzt haben wir da, was passt nicht. Nee, war nicht passiv. Jetzt haben wir uns fast festgefahren. Ich sehe da auch nichts, ne? Guck doch mal eben einer. Ja, das ist ein bisschen Krimi-Nüssi. Das haben wir auch geschafft. Guck mal. Dann Vorwärtsgang. Dann kommen wir an die Wolzi. Und kann später walzen. Und wir haben den Hof fast aufgerollt. Guckt euch das an, ey. Junge, Junge. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs zu gucken bisher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Bin ich ja ganz ehrlich. Wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.